Ah! Ah! Oh mein fucking Gott! Ah! Was ist das denn? Ziegenköpfe, siehst du doch. Okay, da vorne ist ein Licht. Okay. Okay. Don't go into the light. Messer! Yes! An... Oh nein! Okay, wir haben die erste Waffe, Leute. Wir haben die erste Waffe. Ja, nix gut. Wir haben die erste Waffe. Ich hab Angst! Wir haben unsere erste Waffe. Sind sie einfach weggelaufen? Sieht aus wie die Suppe, die die Frau da... Die Mia gemacht hat. Leute, wir haben unsere erste Waffe. Das kann nichts Gutes bedeuten. Messer! Oh Gott! Der redet... Okay, wir kommen niemals... Ja, und jetzt? Kommen die mal raus. Und jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Achso, soll ich mit... Mit... Die Kiste? Ah, soll ich die Kiste kaputt machen? Erste Hilfe. Achso, dann sind die Kisten, die so gelb leuchten. Das sind Sachen drinne. Die kann ich dann kaputt machen und kann die dann mitnehmen. Okay. Was verbirgt sich in Hervorrag Nummer 1? Ja, no! Nicht schießen! Nicht... Fuck! Wer sind sie? Wer schickt sie? Niemand. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto und... Psst! Was ist los? Wer kommt? Erik, danke dir für 300 Bits. The Collector 9608. Danke für eine Presser. Nein, was du denn? Oh, oh, no! Oh, no, they have to come! I don't want to. No, I don't want to. I don't want to. I don't want to shoot at things. No. Ah! Hey, pass du! Flutsch! Weg! Mann! Game Store, danke für 300 Bits! Oh, shit. Oh, shit. Ah! Ew! 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 Noch mehr! Äh, Narrow XLBL, danke für den Prime-Sub! Du nimmst den Kopf doch jetzt nicht hoch! Äh! Wir sehen alle gleich aus. Verdammter, was für ein abgefucktes Dorf ist das? Ja, denke ich mir auch gerade. IBM 3, danke für den Prime-Sub! Oh, Gott, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich kann mich nicht bewegen, ich kann nichts machen. Was ist das? Ah! Ah! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ist das ein Vampir? Ist das ein Vampir? Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Was war das? Und ich habe noch gesagt, lebt da Graf Kroloch drin? In dem Schloss? Und es geht wirklich um Vampire? Ich bin ja so gewieft! Ich bin tot, ich bin tot! Ich habe keine... Oh, ist das ein Kack, Alter! Nein, 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 nein! Ich kann das Game nicht. Ja, ich bin tot. Oh, man! Wo? Was? The fuck is going on? Kann ich nicht hier drauf? Hallo? Ja, benutzen. Thank you. Alter, ist das nicht... Scheiße ist das! Was soll ich denn machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das. Mann! Du kleiner Penner! Oh! Ey! Ich kann... Ich kriege das Game nicht. Ich kick's nicht hin. Ich kick's nicht hin. Mann! Guck mal, der... Der macht einfach... Der benutzt das Messer einfach nicht. Jetzt nimm das Messer. Oh! Ich kann nachladen. Oh! Okay. Ich kann nachladen. I didn't know that. Uh! Ja, nehmen wir mit das Kraut. Das Kraut, das ist da zum Heilen. Ist das richtig? Das ist ein Molotow. Das ist doch nice. Aber wisst ihr noch, wie ich am Anfang auf das Schloss geguckt hab und gesagt hab, das ist bestimmt... Da lebt der Graf Krolok darin. Und Graf Krolok, das ist ein Vampir. Der Vampir-Graf. Ey! Ich konnte hier nicht nachladen, weil ich nicht wusste, dass ich ein Ersatzmagazin hab. Das sah da nicht so aus. Das sah nach einem Magazin aus da drin und das war's, Leute. Ich bin eine logische Denkerin. Ich hab nicht gesehen, dass der noch ein zweites Magazin dabei hat. Okay? Hätte ich wissen können, dass er sich ein zweites Magazin mit zehn Schuss einmal aus dem Arsch ziehen kann, oder was? Außerdem war ich banisch. Wenn euch mal so ein Vampir-Ding ins Angreift, was macht ihr denn dann? Kann man den Bolzenschneider benutzen, um die Tür da aufzumachen? Das wäre ja eine Idee, gell? Tun wir das doch mal. Leute, wir haben das Spiel gerade erst angefangen. Also es kann kein gutes Ende nehmen. Ich schreie mich heiser. Und ihr werdet erst recht denken, dass ich einfach nur dumm bin. Ich spiele solche Games sonst nicht, das wisst ihr. Da liegt eine Leiche. Da lag eine Leiche. Guck mal, was ist das? Die Pistole, die ist voll auf der rechten Seite. Die sollte genau in der Mitte sein. Das ist... So kann ich nicht arbeiten. Bitch, you better be good. Nichts passiert. Fuckin' Christ! Oh hell no. Oh hell no. Oh hell, da ist eine Treppe. Ich will da nicht hoch. Ich... Ich will da nicht hoch. Ich muss aber da hoch. Ich will aber da... Ha! Ey, Digga, geh vorsichtig, ja? Was auch immer das jetzt war. Ich war... Oh, noch mehr. Oh, fuck, Alter. The fuck. 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 Was ist das? Oh, das kam von oben. Okay, never mind. Oh, the fuck. The fuck. The fuck. The fuck. The fuck. The fuck. Ey, ich komme damit gar nicht klar. Dass diese scheiß Pistole da an der Seite ist. Sie muss in der Mitte sein. Ich brauche das Visier, Digga. Ich brauche das Visier. Gib mir das VLK3-Visier. Gib mir das. Ich will nicht. Ah! Ah! Mist. Sie sind die Wahl. Ey, das Zielen ist so scheiße, Mann. Ah! Oh, die muss nachladen, Dave. Oh Gott. Ich habe nicht mehr so viel. Ah! Alter, ich überlebe das Spiel nicht. Ich schwöre, ich... Ah! Ah! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg! Geh weg! Geh weg, geh weg! Geh weg, geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich will nicht... Nein! 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 Mann! Du sollst jetzt... The fuck? Oh! Oh, 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 oh! Oh, Mann. Ich kann nicht. Ich... Was ist das? Okay. Ich kann mich nicht heilen, oder? Oh, Digga. Was ist das? Dieses... Oh. Nein, das ist nicht. Safe nicht. Luisas Haus? Habe ich das nicht verstanden? Luisas Haus? Du musst... Du musst die Medizin zusammen craften. Ich kann... Was? Okay. Oh, oh! Sollte ich das jetzt benutzen? Oder... Wenn das grün ist, bin ich ganz gesund. Wenn das rot rot ist, bin ich quasi schon Shield Break, oder was? Also sollte ich jetzt die Medizin benutzen. Ist das richtig? Dann machen wir das doch. Oh, guck mal, die Finger... Oh! Äh! Bäh! Juckt ihn halt nur, dass zwei Finger fehlen, ja, ne? Beim Acker, hat sie gesagt. Gell? Beim Acker. Das bedeutet, wir müssen jetzt da zum Acker. Ich höre sie! Und ich sehe sie! Oh mein Gott! Oh mein... Oh Gott! Oh Gott! Warum... Warum greifen die mich noch nicht an? Warten die erst auf den Commander? Um... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Nimm es doch! Danke, endlich. Um Gottes Willen! Oh nein! Ich will da nicht rein! Geh bloß weg von mir! Hallo? Oh, jetzt habe ich einen Schuss kaputt gemacht. Ein... Oh, was ist hier drin? Was ist hier? Was ist hier? Gib her! Ich bin so langsam, Digga! Ich bin so langsam! Uh, mega stark, das Ding! Ich habe keine Money mehr! Ach komm! Gib mir das Messer, Alter! Gib mir das Messer, Digga! Ah! Oh, damn! Gib mir das... Danke! Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Ah! 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 Leute, ich muss die Tastatur umändern! Das geht so nicht! Das geht so nicht! Ich muss die Tastatur... Ich kann so nicht laufen! Ich kann meine... Meine Finger sind zu klein! Wo soll ich denn langen? Da! 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 Ja! Und jetzt... Ach, hier war ich schon drin! Da! 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 Ich bin so blöd! Okay, okay. Oh! Nice! Schießpulver! Oh! Wow! 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 Gib mir das! Ich bin weg, Digga! Boah! Ich muss die... Ich muss die Tastenbelegung anders machen! No! 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 Oh! Fuck! Shit! Ich hab keine Money mehr! Oh! Mein Gott! Oh! Mein Gott! Oh! 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 Der sieht widerlich aus! Bist doch schon erlöst! Willst du mich verarschen? Das war... Oh! Das war der Anfang, Leute! Das war gerade mal der Anfang! Und ich komm damit noch nicht mehr klar! Warten! Oh, oh, oh.